Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Wir befinden uns quasi gerade mitten in der Velkanerjagd und im Master Rank Stufe 5. Und auf Stufe 5 kann ich alle meine Waffen einmal upgraden. Das werde ich auf jeden Fall tun, erstmal darauf hinarbeiten, bevor ich weitere optionale Quests etc. auch im Master Rank 4 wieder mache, weil es mir mittlerweile ein bisschen auf den Frack geht, dass meine Drachenwaffe und meine Donnerwaffe immer noch den High Rank Status haben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich die Quests bekomme, mit denen ich dann alle meine Waffen upgraden kann. Und dafür müssen wir erstmal Velkaner weiterjagen, weil es ansonsten keine Stufe 5 Quests für mich gibt anscheinend. Also schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt zum ersten Mal komplett legen muss und wie gut das gehen wird. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, diese Quest. Aber genau sagen kann ich es natürlich nicht. So. Gut. Also, für meine Donnerwaffe brauche ich den Master Rank Kirin, für meine Drachenwaffe den Master Rank Valhassag, beziehungsweise die Variante davon, wo ich noch gar nicht so recht weiß, wie er heißt und was er drauf hat. Und für meine Eiswaffe, um die noch einmal upzugraden, brauche ich die Legianer-Variante. Stellung halten und kämpfen. Genau, Stellung halten und kämpfen. Ja, super. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, ich habe auch gar keine Heißgetränke mitgenommen. Gut, dass ich Pfefferschoten gerade eingesammelt habe. Ähm. Konnte ich mir mit Pfefferschoten nicht... Heißgetränke brauen? Wollte gerade sagen. Dann ziehen wir uns auch direkt mal eins rein, bevor wir hier weiterfrieren und nehmen auch das mit. Ja, was wollte ich sagen? Ähm. Genau. Eiswaffe geht danach noch einen höher. Und ich glaube, die Drachenwaffe auch. Nur die Donnerwaffe hat es dann hinter sich. Für die Eiswaffe brauche ich dann tatsächlich den Valhassag, irgendwelche Valhassag-Materialien und andere Materialien. Und für die Drachenwaffe... Was war das nochmal? Hm, 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 hm. Habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall für die beiden Waffen gibt es noch ein Tier mehr. Für meine Donnerwaffe nicht. Da ist nach Kirin Ende. Aber gut, dann trotzdem. Nichtsdestotrotz, wenn ich sie auf Rang 5 alle geupgradet habe, habe ich, glaube ich, mal einen ganz guten Stand. Mit dem es mich auch mit der Nicht-Eiswaffe dann mal wieder ein bisschen entspannter kämpfen lässt. Wenn sie alle mal einen gewissen Stand haben, die Waffen. Und darauf werde ich jetzt definitiv erstmal hinarbeiten. Wobei ich zum Kirin und Valhassag-Hauen, glaube ich, auch meine Eiswaffe benutzen werde. Das heißt, ich könnte auch vorher meine Eiswaffe nochmal dafür sorgen, dass die einmal geupgradet wird. Wo? Was ist mit meinen Spellkäfern? Die sind nicht mehr da. Warum nicht? Ah, doch, da hinten, hä? Aber sie werden mir auf der Mett nicht angezeigt. Seltsam. Und gerade sind sie irgendwie in dem weißen Schnee untergegangen, glaube ich. Ja, Velcana. Das wird spannend werden. Eispest, Eispest, Eispest. Sowieso viele Eisangriffe und so. Voll nervig. Und hier mit meiner Bummelwaffe. Mal gucken, wie wir da klarkommen. Ich bin mir auch nicht ganz im Klaren darüber, ob ich ihn jetzt wirklich komplett legen muss oder was hier meine Aufgabe ist. Ich weiß es nicht. Feuerkraut. Ich würde eigentlich nochmal ein paar Eisschoten einsammeln, falls mir die, ähm, Heißgetränke ausgehen. Aber zu nur kann ich mir in der Basis auch nochmal neue holen. So. Ein neuer Weg ist offen. Ein neuer Weg ist offen. Oh, wow, 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 wow. Spannend. Und da unten leuchtet's rot. Haha, was hat mir das zu sagen? Gut, da waren auch gerade die ersten Velcana-Spuren und jetzt gehen wir in die Cutscene rein. Sein Zuhause hier sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und er mag keinen Besuch. Hallo. Und jetzt muss ich ihn zum ersten Mal komplett und total umhauen oder was? So, bevor ich hier meine erste Eispest habe, machen wir erstmal das hier, mein Freund. Oh Gott. Irgendwie wurde ich jetzt hier hingedrängt, aber egal, ich ziehe jetzt erstmal meine Kombo hier durch. Oh. Au. 72 Schaden. Yay. Aua. 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 Ey, er mit seinem Schwanz immer da. Was macht er hier? Können wir ihn hier rufen? So, das Rauchsignal steht. Ich bin mal gespannt, ob jemand kommt. Ja, ich glaube, da ist jemand gekommen. Der stolze Boa Boa. Das ist gut, wenn ich hier ein bisschen Unterstützung habe. Ich habe ja prinzipiell immer noch den Anspruch, die Story Solo durchzuspielen. Danach ist mir das so ein bisschen egal. Aber die Boa Boa Unterstützung und so, die nehme ich natürlich gerne mit. Ach, Junge, musst du jetzt in dem Moment wegrennen? Ah, voll rein da. Shit, 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 shit. So, erstmal ein bisschen heilen, würde ich sagen. Und danach mal dafür sorgen, dass ich die Eispest bloß werde. Er ist immer noch nicht wütend. Ist das eher positiv zu bewerten oder negativ? Bin ich mir eigentlich schon Maxi-Trank reingezogen? Ja, ne? Ja. Okay. Naja gut, durch meine Attacke wurde ich immerhin von seiner Attacke nicht getroffen. Das muss man auch mal positiv nehmen. Okay. Das mutete bis jetzt ja noch relativ harmlos an. Ich habe aber den Eindruck, das wird nicht so bleiben. Also gerade beim Angriff auf diesem Wall war er auf jeden Fall wesentlich stressiger gewesen, muss ich sagen. Aber das sind ja auch so, sage ich mal, geskriptete Kämpfe oder zumindest Kämpfe hart nach Drehbruch. Die können natürlich auch ein bisschen anders sein, als hier die Kämpfe in normaler Wildnis. So ganz genau weiß ich es nicht. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Ich würde ihn auch gerne nochmal anspringen. Ah, hier sind wir, glaube ich, in einem passenden Gebiet dafür. Um halt mal zu schauen, ob er auch wirklich genauso schwer zu halten ist, wenn man ihn umschubsen will. Wie er es vorhin in dem Gebiet gewesen ist. Ah, schade, schade, schade. Das wäre so ein schöner Treffer gewesen. Aber hier steht er echt gut. So, ich bin auf dem Kopf. Okay, okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wie leicht oder schwer es ist, hier wirklich auf seinem Kopf zu bleiben. Ja, es ist nichts. Schon runter, okay. Auf ihm drauf zu bleiben ist wirklich nicht einfach. Das muss ich mal sagen. Gut, dass ich hier direkt neben dem, neben der Vitalitätsweste stehe oder was auch immer es ist. Ja, das macht er gerne mal, den Boden unter sich einfrieren. Das hatten wir vorhin auch schon. Wo bin ich denn? Gepestet bin ich vor allem. Können wir das loswerden? Nein, jetzt würde ich mich gerne erstmal heilen. Ach, komm schon, ey. Du alter Kackarsch. Echt. Keine Chance. Keine Chance, da wegzukommen. Wenn man weit von ihm wegsteht, dann muss man wirklich nah an ihm dran stehen, um ihn eng umlaufen zu können. Ja, ey. Ey. So, jetzt haben wir uns irgendwie wieder berappelt und da kommt die nächste Kacke. Oh, doch nicht. Gott sei Dank. Vielleicht sollte ich hier auch mal meinen, na gut, meinen Frostumhang. Ich bin noch nicht so weit. Dass er zwei, ähm, Sockel hat. Ansonsten wäre es natürlich auch vorteilhaft, hier den Frostumhang dabei zu haben. Aber er wird gar nicht wütend, ne? Das könnte ich eigentlich immer für mich nutzen. Ich warte eigentlich fast die ganze Zeit darauf, dass er mal wütend wird. Aber das passiert nicht so recht. Aber kaum habe ich den Entschluss gefasst, hier irgendwas zu machen, gehen schon wieder andere komische Dinge ab. Ey, dieser Angriff. Dieser Angriff. No. Da bin ich mir auch nicht so sicher, was man dagegen ausrichten soll. Das ist letztendlich, glaube ich, auch der Angriff, der mich dann das Leben kosten wird. Mehrmals, gehe ich mal von aus. Alles andere ging bis jetzt, aber dieser Megastrahl, den er einfach mal bis ans Ende der Welt spuckt und in einem mindestens 180 Grad Radius, ich weiß nicht, ob es nicht eventuell sogar noch mehr sind, wenn man da zu weit weg steht, was soll man machen? Wo ist er? Die Richtung. Ja, da müsste ich mir eventuell mal genauer anschauen, was dagegen zu tun ist. Ob man den irgendwie so stark vorhersehen kann, dass man sich besser positionieren kann oder ob man dem irgendwie einigermaßen gescheit ausweichen kann. Irgendeine Lösung muss es doch dafür geben. Und ich hoffe mal, dass dieser Kampf jetzt nicht daran scheitert, aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. So, neues Gebiet. Klar, danke, 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 danke. Noch gar nicht. Gerade angekommen im Kampf. Und tot. Okay, jetzt stand ich glücklicherweise knapp da drüber. Und dann fallen so Dinger von der Decke. Dem kann man ja noch gut ausweichen, ja. Das Hauptproblem ist echt eher dieser Strahl. Ja, komm. Oh, ey. So, kriegen... Gut, ich hab nix mehr gesehen. Ja, das hab ich wohl schon verstanden, ey. Manchmal kommen sie auch mit Tipps um die Ecke, wo ich mir denke, ey, ich bin nicht blöd, ja. Naja, gut. Das wird gar nichts bringen. Ach, jetzt ist er auch wütend. Dann bringt es eh nichts. Auch mit solchen Attacken komm ich klar, ja. Naja, immerhin. Das hätte schlimmer kommen können. Okay, wie auch immer ich dem jetzt entkommen bin, was er da gerade gemacht hat. Also wenn er wütend ist, lässt er auch wie jedes andere Monster natürlich die Party gut abgehen. Boah, wie sein Flügel Regenbogenfarben schimmert, beziehungsweise generell seine Schuppen hier richtig nice. Wenn man da richtig nah dran ist, sieht man das. Ansonsten sieht man es gar nicht so, ehrlich gesagt. Okay, er will woanders hin. Das ist natürlich okay für mich. Ähm, so. Ah, okay. Das Gebiet mit den Eisschollen. Ist natürlich ein sehr offenes Gebiet. Das heißt, wenn er irgendwann mal nicht mehr wütend ist, wird es nicht so einfach, das irgendwie für mich hier zu nutzen mit Wänden, etc. Ich halte mich hier an dem, nach dem Motto, Kleinvieh macht auch nichts mit meinen Angriffen. Lieber einen sicheren, kleinen Angriff irgendwie, als hier den Mega-Schaden einzufahren, weil ich hier meinen Two-Charged, Two-Charged-Strike oder wie auch immer heißt, rausholen will. Auf jeden Fall der dreifach geladene Angriff. Also die drei Angriffe hintereinander. Okay. Oh, wie lucky war das denn? Oh, das war ein Mega-Lucky-Angriff. So, er ist auch nicht mehr wütend und hängt hier in der Höhle rum. Das finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Und jetzt auf den Kopf. Das wäre mir ein inneres Bedürfnis, hier den Kopf schön zu treffen. Naja, immerhin mit einem Schlag. Autsch. Da habe ich ja mit dem Kopfangriff gerechnet, als mit seinem Schwanz, muss ich sagen. Ja, ich glaube trotzdem, hier der Trick, um seinen ganzen Eisangriff mal einigermaßen gescheit auszuweichen, ist doch einfach mal ein bisschen näher dran zu bleiben, wobei er natürlich immer die Gefahr hat, obwohl vielleicht hat er sie jetzt auch gar nicht gemacht, die ganze Zeit. Autsch. Immer die Gefahr hat, irgendwas von seinem Schwanz abzukriegen. Was auch nicht sehr angenehm ist, aber besser als diesen Riesenstrahl, sich da einzufangen. Hm, ob ich das noch verwerten kann? Oh jo. Ah ja, ja, minimal nur, leider. Autsch. Ich bräuchte gerade mal irgendwie ein bisschen Sicherheit, glaube ich. Ja, oberhalb kannst du das ruhig machen, das ist okay. Mal gucken, ob man bis hierhin hinterherkommt, oder ob ich jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe habe. so, aber wütend ist er nach wie vor nicht, oder? Mh, ja. Hätte ich abbrechen sollen, den Angriff. Ah, man kann sich durchrollen. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Mal gucken, ob wir damit dann wenigstens durchkommen. Nein, natürlich nicht. Ah, scheiße, ey. Zweites Mal. Ach so, an die, doch, ich wollte gerade sagen, an die Truhe kann man nicht dran, oder was? Ach so, das ist die Vorratskiste. Ja, dämlich. Ich gehe mal in meine eigene Liebe. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht fangen können. Er ist ein Drachenältester. Das heißt, ich muss den Kampf zu Ende bringen und keine Ahnung, wie viel ich ihm gegebenenfalls schon runtergehauen habe, oder nicht. Ich habe das Gefühl, ganz wenig ist es nicht, aber ich glaube, am nahen unserem Ziel sind wir auch noch nicht dran. Vielleicht so 60 Prozent oder so und ich bin schon zweimal gestorben. Das wird echt eklig werden. Moment. Bevor ich hier wieder in den Kampf gehe. Oh Gott. Ach nein, weil ich gerade... Oh, nochmal ins Lager. Sorry, Leute. Oh, weil ich meine Truhe genommen habe, beziehungsweise aufgefüllt habe in meinem Standard-Set, habe ich natürlich auch die Feuerschoten weggelegt. Und dann machen wir es direkt so und nehmen fünf Heißgetränke mit. Gut. Gut. Dann. ein zweiter Anlauf auf dem Vulkaner oh man, es wäre so nice, wenn ich das packen würde aber ich habe leichte Zweifel in mir er hat doch so viele Attacken drauf ey, denen man schlecht ausweichen kann und die dann einfach mal so viel Schaden machen soll, jetzt will er auch gerade woanders hinfliegen komm, bring mich mal hin du weißt doch eh, wo es lang geht ach, ich glaube ich sehe ihn auch er ist einfach in die Nachbarhöhle geflogen dann kann ich ihn nochmal anspringen vom Vulk willst du in deine Höhle zurückgehen? oder was ist dein Problem? es wäre auch schön, wenn du gelb bleiben würdest oh, da muss ich weg warum kauere ich jetzt hier so rum? ach komm, halt still juhu der Schwanz ist ab nice da bin ich ja fast ein bisschen von mir selbst begeistert ouch ouch hui, das war lucky gewesen aber er ist echt oh, jetzt wollte ich es gerade sagen er ist verhältnismäßig selten wütend und jetzt ist er gerade wieder wütend was ist das denn hier für ein komischer Eisberg achso, den kann ich auch kaputt hauen oh nein ja, es war klar, dass ich hier in irgendeinem Quatsch drinstehen würde oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe nicht sterben, bitte erstmal wieder komplett auffüllen ja, mach du mal deinen komischen Strahl da okay ich glaube, ich habe ihn lufttechnisch getroffen puh jetzt macht er gerade doch ein bisschen Stress muss ich sagen ich muss gerade safe spielen ansonsten bin ich sowas von am Arsch gleich oh, hier wollte ich eigentlich gar nicht so rein ah, kann ich mich hier irgendwo hinstellen dann kann ich mich hier wenigstens mal heilen gerade ah, klar, ey immerhin habe ich ihm auch eins ins Gesicht gehauen oh, ey wenn man da gerade irgendwas macht, ja okay, das wird hart gut Entweder wir oder der Velkaner. Gehen wir unser Bestes. Er macht schon eine Menge Schaden. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wir schmeißen uns noch in einen zweiten Versuch. So. Ach Quatsch. Ach, ich habe den Quest noch gar nicht angenommen. Aber ich kann ihn auch hier annehmen. So. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt besser läuft. Ach, er hat einfach behinderte Angriffe drauf. Wo man einfach schwierig wegkommt. Auch das, wo sich der Boden verfärbt. Und nach einer halben Sekunde alles explodiert. Wenn man da wie gerade am Ende ein Heiltrank am Saufen ist. Was soll man machen? Man kommt halt einfach nicht mehr raus. Komm Quest, hau mal rein. Und das ärgerliche ist, ich habe ihm ja beim letzten Mal seinen Schwanz abgehauen. Und da bin ich nicht dazu gekommen, den auch noch zu looten. Das wäre ja noch wenigstens das Mindeste gewesen. Gut, dann würde ich sagen, reiten. Wie immer müssen wir erstmal die Fährte aufnehmen, ja. Ich glaube, es wäre fast besser, ins Zentrale Lager rüber zu fliegen. Weil er ja doch irgendwo ganz nördlich auf der Karte ist, ne. Ja, zentrales Lager wäre viel, viel näher gewesen. Aber egal, jetzt bin ich auch fast da. Beziehungsweise halt fast am zentralen Lager da. Jetzt hätte sich der Umstieg auf jeden Fall auch nicht mehr gelohnt. Ja, vielleicht sollte ich wirklich gucken, wenn ich ihn irgendwie vor die Wand schicke und so. Oder es doch mal mir gelingt, ihn zu mauchen, dass ich ihm wieder den Schwanz abschlage. Vielleicht schränkt das seinen Angriff ein bisschen ein. Ähm, ja, ist klar, Vilkana. So, können wir jetzt noch ein Schrittchen herangehen? Upsala. Warum bin ich hier so nah dran? Ich meine, eigentlich... Dieser Schwanz. Wow. Wo bin ich? Und wo ist er? Ja. Boah, im Moment macht er Gott sei Dank nur das, wo er diesen Wall da direkt vor sich aufstellt. Und nicht diesen, ich hau meinen Atem durch die ganze Arena-Quatsch. Na klar. Jetzt macht er den... Ich hau meinen Atem durch die ganze Arena-Quatsch, oder? Ja. Boah. Irgendwie stehe ich hier komisch. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Aber ich bin auf jeden Fall immer weiter zurückgerutscht. Okay, das war schon mal nicht so schlecht gewesen, denke ich. Oh. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, nicht die beste Stelle hier für die ganze Action. Ui. Und mittendrin. Kann nicht wahr sein. So, da sind wir wieder am Start. Okay. Wobei er einem durch diese komischen Eishügel auch die Chance auf Sprungangriffe gibt. Habe ich die Wespe noch bekommen? Wahrscheinlich, ne? Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich tot gewesen. Boah, wie weit das auch reicht. Weg hier. Ey. Hier gibt es auch einfach keinen Ausgang, ne? Und er macht den Scheiß auch immer nur, wenn man weit weg steht, ne? Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Wenn man einmal in dieser Falle ist kein Leben mehr, keine Ausdauer, weil man wieder die verdammte Eispest auf sich hat, dann ist man einfach mal hinüber, ey. Ja, und man kommt auch nicht mehr weg. Echt, irgendwie eine halbe Stunde in der Situation rumgepimmelt, ja? Kein Leben, keine Ausdauer. Was soll das? Mann, 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 ey. Gibt es irgendwelche Rüstungen oder so, die einen Eispest immun machen? Es wäre vielleicht nicht das Schlechteste für diesen Kampf. Ich muss mir das auf jeden Fall, wenn das jetzt irgendwie nicht klappen sollte, mal irgendwas in der Richtung angucken, glaube ich. Und ich möchte auch nach wie vor nochmal probieren, ihn anzuspringen. Hat immer noch nicht gereicht, ihn anzuspringen. Ey, und schon wieder die gleiche Scheiße. Keine Chance. Gerade geheilt gewesen. Und dann fängt er wieder mit der Kacke an. Verpisst er sich gerade, oder was? Ja, sieht so aus. Dann springen wir ihn doch direkt nochmal an. Vielleicht reicht es ja. Ja, klar. Oder er haut mich einfach runter. Ja. Oder er haut mich einfach runter. Wohl hier auch gute Ansprunggelegenheiten sind. Er müsste sich nur mal besser dafür positionieren. So zum Beispiel. Oh, und ich müsste dann auch mal treffen. So. Okay. Dieses Verhalten kenne ich so nicht von ihm. Sonst war er viel wilder. Na, vielleicht muss ich mir drauf achten, wenn er schreit. Okay, ich habe ihn. Damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, aber ich nehme das natürlich gerne mit. Nein. Und durchgerutscht. Ey, gebt mir das auf den Zeichen. Mega. Okay. Coole Nummer. Kann man so machen. Ich bräuchte auch mal Muni, um ihn irgendwie vor die Wand zu schicken. Da liegt auch was an Muni. Ich glaube, ich versuche mal dahin zu kommen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, ich hätte ihn noch einmal drehen sollen. Ah, vielleicht reicht diese Distanz ja auch. Ja, so gerade. Na, aber diesmal ist der Schwanz deutlich fester als beim letzten Mal. Diesen geilen Tipp hast du mir auch letztes Mal schon gegeben. Ja, das mit den Plattformen habe ich mittlerweile auch schon rausgefunden gehabt. So, lieber mal wieder ein bisschen näher dran, um einen schnelleren Winkel zu haben. Aha, jetzt ist der Schwanz doch ab. Vielleicht gelingt es mir diesmal ihn auch zu looten. Ich habe ja noch einen Tod übrig. Oh Gott, ey. Man kommt auch nicht rumrum. Oh Gott, ich bin schon wieder halbtot, ey. Ja, komm, gib mir das mal, Carlo. Das wäre nicht so schlecht. So, jetzt sind wir gerade die großen Heiltränke ausgegangen. Das ist auch sehr ungünstig. Oh Gott, und der will das Gebiet wechseln. Gott sei Dank, da kann ich wenigstens mal seinen Schwanz jetzt looten und die Steine hier mitnehmen. Der lässt auch eine geile Antenne fallen, ne. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Ein super spitzes, stacheliges Ende irgendwie. Also nicht stachelig, spitz und lang und schmal. So. Alles gute Eigenschaften. Puh. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, oder ob diese Wolken mir irgendwas tun. Das könnte ich jetzt eigentlich mal gut austesten, oder? Wo ich gerade nicht im Kampf bin. Aber die Wolken an sich, die scheinen erstmal nichts zu machen. Ah, ne, jetzt gehe ich in die falsche Richtung. Hä? Ne, es dreht sich andauernd. Aber es ist wirklich nur eine seiner Zacken daraus. Kann das wahr sein? Oh Gott, jetzt hätte ich anders nutzen sollen. Er steht hier eigentlich gerade ganz schön an der Wand. Das kommt mir doch zumindest sehr entgegen. Und nochmal. Und. Tschüss. Jawohl. 600, 700 Schaden. Das ist doch okay. Und der Kopf ist auf jeden Fall auch gebrochen. Naja, gut. Das nehme ich dafür in Kauf. Ja, ich werde auch direkt geheilt. Ne, er heilt sich selber, der Sack. Er heilt nicht mich. Oh. Ach, jetzt kommt er für mich an. Wow. Ach, komm schon. Dreimal hintereinander, ey. Okay. Ich bin hier gerade ziemlich beschissen. Also hier im Wasser bin ich eh langsam. Oh, das ist eine heiße Quelle. Oh. Genau da reingerannt, ey. Oh. Es war mir schon absehbar, dass ich das nicht überleben werde, wo ich gesagt habe, ich habe ja auch eine scheiß Position in der Quelle. Mal schauen, ob das noch irgendwas gibt. Ah, ne, ich hätte doch lieber die, ähm, Fackelkapseln. Und jetzt den Vulk. Ach, da ist er ja direkt. Kommen wir ran. Es wäre großartig. So. Es wäre nur cool, wenn ich hier jetzt nicht wieder in der hinterletzten Ecke von dieser Quelle landen würde. Schon wieder halb tot. Mal wieder vollständig am Leben. Das ist schön. Na, keine Ausdauer mehr. Und nochmal voll aufs Gesicht. Oh, shit. Und jetzt habe ich kein Leben mehr. Jetzt würde ich gerne hier weg. Okay, ich glaube, er will auch wegfliegen. Ich brauche eigentlich Nullbären. Ah, er fliegt eh in der Nähe des Lagers. Dann ist das vielleicht sogar noch eine Abkürzung. Aber ich muss mir weitere Nullbären holen. Ansonsten ist der Kampf zum Scheitern verurteilt. Und sie gehen mir gerade generell aus, die Nullbären. Oh, Mann, ey. Puh. So, da treibt er sich rum. Vielleicht versuche ich, ihn hier nochmal anzuspringen. Oder ihm mal so einen auf dem Kopf zu knüseln. Aber um ihn anzuspringen, genau, müsste er mal da runter. Ah, das hätte er auch schön den Kopf mal treffen können. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Puh. Naja, immerhin. Oh, Gott sei Dank. Ja, mach doch noch ein paar 360 Grad Moves. Oh, ey. Kann das wahr sein? Ey. Zum zweiten Mal im Sprung abgestochen worden. Wie kann das immer sein? Klar, ich stehe quasi unter ihm. Und er schafft es immer noch, mich im Sprung abzumurksen. Ich muss mich jetzt doch mal dringend heilen, bevor das hier irgendwie schief geht. Er liegt. Das war wohl einmal zu viel auf die Rübe, wa? Na ja, immerhin. Okay, jetzt hat er nicht mehr ganz so viel Bock, kann ich verstehen. So, anspringen. Geht das nochmal? Kommst du hier hin oder gehe ich jetzt drauf, weil ich zu weit weg bin? Hoppla. Oh, ich bin drauf, Gott sei Dank. Nicht mit mir, mein Freund. So, kriegen wir es jetzt hier eventuell mal hin? Sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Jo, aufgeladener Heep. Und wieder runtergeholt. Sehr schön. So, hätte besser laufen können, hätte auch schlechter laufen können, ja. Oh Gott. Das hätte auch der Tod sein können, aber super easy. Ich glaube, er will weg. Puh. Nö, aufsteigen will ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich gerade im Kampf mit diesen kleinen Viechern bin. Natürlich. Dann laufen wir halt zu Fuß. So, was ist denn meine Bilanz hier? Ja, ich werde auf jeden Fall mal, solange ich auf dem Weg bin, Heiltränke nachbrauen. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Es wäre so toll, wenn das klappen würde. Komm, du kennst den Weg doch besser. Jetzt bin ich auch aus dem Kampf. Jetzt habe ich aus Versehen meine Fackeln abgelegt, oder? Wo sind sie? Okay, da. Vielleicht brauche ich die ja nochmal. Hier treibt er sich rum. Ich hätte ja eigentlich mehr mit seiner Höhle gerechnet. Nein, wir gehen abwärts. Das sehe ich jetzt schon. Gehen wir alle ab? Und ich stehe hier schon wieder so geil eingeengt. Oh, ich bin tot. So ein Scheiß, echt. Immerhin habe ich einen Velkaner Kronenhorn bekommen. Sieht immerhin nach einer Belohnung fürs Kopfbrechen aus, was bestimmt auch nicht so schlecht ist. Weil das auch nicht immer gelingt. Tja, machen wir das wohl beim nächsten Mal nochmal. Eine lange Folge voller Fails. Was will man machen? Entweder wir oder der Velkaner. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.